Hier sehen wir das Spezial-Restaurant. Ganz schick eingerichtes Osmanische Restaurant. Gibt es dann Special-Programme. Kann man dann gucken. Man sitzt dann schön da und bekommt das Essen serviert. Es ist einfach nur sehr schön und super lecker. Wir gehen aber heute ins Hauptrestaurant, weil wir das Osmanische gar nicht wollen. Matthias freut sich auf ein bisschen. Fisch. Wir gehen jetzt hier ins Hauptrestaurant und da werden wir euch noch weitere Videos zeigen. Wie gesagt, das Hauptrestaurant hat jetzt im Winter von 38 bis 21 Uhr offen. Im Sommer hat es länger offen. Und dann werden wir euch jetzt gleich zeigen, was es da zu essen gibt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach auf Reisebürofeller für gefällt mir drücken. Und dann seht ihr weitere Videos. Bis dahin. Ciao.